Liebe Essenerinnen und Essener, am Freitag heißt es wieder Bürgerdialog vor Ort und diesmal bin ich gerne in Karnab. Ich bin jetzt unterwegs mit den Akteuren im Stadtteil und anschließend lade ich Sie zur Bürgerversammlung ein. Sie können mit Ihren Anregungen, mit Ihren Wünschen kommen, wir diskutieren, wir hören uns an und suchen gemeinsam nach besten Lösungen. Zuletzt in Frohnausen hat das gut geklappt. Es gab viele bunte Themen. Es ging um Aufenthaltsqualität auf Spielplätzen, Verbesserung der Situation an den Grundschulen oder was jeder Einzelne tun kann, damit das Zusammenleben im Stadtteil Frohnausen besser gelingen kann. Ähnliches verspreche ich mir auch von dem Gespräch im Karnab.